ja herzlich willkommen beim 50 Abonnenten Special der Auflösung und verzeiht mir jetzt schon mal mit das Bild hier gerade alles andere als schön aussieht sondern eher mehr scheiße als schön aber sorry für mehr wie Paint hat es leider nicht gereicht und ja ich bedanke mich erstmal an alle die mitgemacht haben es waren einige Stammabonnenten dabei es waren aber auch viele neue Abonnenten dabei was jetzt nicht heißen soll damit das jetzt irgendwie schlimm ist hat ja jeder eine Chance verdient und ja schon mal halb die Statistik anzuzeigen also wir haben schon mal einen festen Gewinner für den WLAN Stick das wäre die Schickie und einmal einen festen Gewinner für das Warcraft Mauspep und zwar der Baum der kann so wie es mit euch weitergeht erfahrt ihr am nächsten Schritt und ja jetzt kommt erst mal darauf an wer die Tastatur gewinnt weil ihr seid ja alle so geil auf diese Tastatur kann ich gar nicht verstehen warum es sind acht Anwerber und jeder von euch hat hinter sich eine Nummer stehen die ihr ja auf dem Bild sieht und da schalte ich jetzt zum Zufallsgenerator und da wird sich entscheiden wer gewinnt das ist für mich ist das Annoyemste das Fährste und ist von Liquid Team her wenn man das so ausspricht einfach das Beste so viel Spaß sehr und willkommen bei der Erziehung wir haben acht Teilnehmer es wird eine Zufallsteile zwischen eins und acht generiert und ich kann eigentlich noch sagen viel Glück und ja also fairer seriöser unabhängiger geht es nicht anbieten die Nummer vier mein Glückwunsch little kid 45 ja Glückwunsch little ach ich spreche der Name immer noch falsch aus aber tut mir leid little kill ach little kill 45 little kill 45 ja Glückwunsch dazu du hast die Tastatur gewonnen so äh dann danke an alle die teilgenommen haben äh kid und shiki und der Baum kann wie geht es mit euch weiter gut das seht ihr jetzt einfach mal hier eingeblendet ja sieht genauso schrecklich aus das Bild auch nicht mehr gut ähm als allererstes ihr schreibt eine Privatnachricht an mich in dieser Privatnachricht schreibt ihr mir bitte euren Namen eure Anschrift alles mögliche was ich halt brauche um das ganze zu versenden so nachdem ihr mir das geschickt habt schicke ich euch nochmal eine PN zurück in denen ich nochmal nachfrage die Adresse auch wirklich stimmt weil es soll ja auch bei euch ankommen so danach einfache Worten schickt die Pakete schnellstmöglich raus so wie ich es kann und dann sehen wir ja mal wenn es bei euch da ist was bitte unbedingt zu verachten ist ihr habt dann ab morgen also ab morgen da habt ihr einen ganzen Tag Zeit äh sich bei mir zu melden das gilt jetzt äh insbesondere äh äh Littlekill äh wegen der Tastatur weil es stehen noch viele aus und ich denke aber die bisher aktiv gehe ich ja mal davon aus von daher ehren Tag Zeit also bis Dienstag also bis Dienstag Nacht Zeit den ganzen Spaß zu machen ja und ansonsten gibt es nicht viel zu sagen nochmals Glückwunsch und ja ich denke alle sehen wir uns dann wiederum beim nächsten Gewinnspiel es wird auf jeden Fall wieder ins kommt kommt drauf an wann ich es mache wenn es sich lohnt ich meine 50 Abonnenten das war jetzt schon was besonderes in dem Sinne und die Akte ist immer bei 70 und ja das wurde eigentlich schon ich bedanke mich für das mit morgen ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja wir sehen uns dann im nächsten Video oder beim nächsten Let's Play Start ich weiß es noch nicht ja danke danke ihr haut rein schönen Sonntag ja